Ich wünsche mir so sehr, dass mir damals jemand gesagt hätte, wie man programmieren lernt und wie man damit anfängt und was man am besten machen sollte. Als ich damals 13 Jahre alt war, wollte ich so gerne mein eigenes Computerspiel bauen. Ich wollte eigene Software bauen, aber ich hatte niemanden, den ich fragen konnte. Absolut niemanden. Und es gab auch kein Internet, was damals schon so weit war. Da gab es keine YouTuber, die man sich angucken konnte, die einem einfach gesagt haben, wie die es machen. Da gab es keine Online-Tutorials, die so fortgeschritten waren. Da gab es so ein paar Internetseiten vielleicht, aber das war es. Das war richtig schwer. Und deswegen mache ich genau das auf YouTube heutzutage, dass ich den Leuten sage, wie sie am besten anfangen. Dass ich kostenlose Tutorials da bereitstelle, Einsteiger-Tutorials, wo man genau sieht, wie man anfangen kann und dass es da einfach einen klaren Weg gibt. Und meine ganz feste Überzeugung ist auch immer noch, fange an mit HTML, dann mit CSS. Damit kannst du super schnell starten, hast sehr schnell tolle Ergebnisse, kannst richtig coole Projekte schon mal umsetzen. Und dann machst du weiter mit JavaScript, um das Ganze zu automatisieren, um da dann auch wirklich Software draus zu machen, die Logik hat. Wo du dann ein kleines Spiel mit basteln kannst im Webbrowser, wo du Software basteln kannst, wo du verschiedene Logik hast, Sachen automatisieren kannst und so weiter. HTML, CSS, JavaScript. Das ist der Weg. Ich habe damals ganz anders angefangen und das war nicht besonders schlau. Also von daher, schau dir das auf jeden Fall mal an. Ich habe Tutorials auf YouTube und so weiter, kannst einfach mal vorbeigucken, ist kostenlos. Und das hat mir damals echt gefehlt und deswegen habe ich genau das jetzt gemacht.